Willkommen zu einem brandneuen Spiel, Last Nature. Eine Survival Simulation, wie es gerade da steht, Survival Simulation. Ich bin per Zufall eigentlich auf das Spiel gestossen. Heute, also 14. war Release und dann kam die Jusbotschaft, sie haben Probleme und der Release wird verschoben. Aber es steht natürlich nicht, ob es um Stunden geht, um Tage geht, um Wochen, weil sie mit der Mac-Version irgendein Problem hatten. Und tatsächlich, jetzt noch spätabends kommt tatsächlich das Releasen. Wir starten gleich ein neues Spiel. Sind wir mal gespannt. Show Intro, was machen wir? Start. Achso, ich habe keinen Speicherstand, Mensch. Slot 1. Jetzt geht's los. Ich bin wahnsinnig gespannt. Sollte eigentlich genau das treffen, was ich gerne mag. Logbuch-Eintrag vom 8. April 1760. Mein Name ist James Fitzgerald. Und dies wird meine letzte Reise. Obwohl wir noch Monate unterwegs sein werden, habe ich bereits den Brief für meine liebe Valentine fertig. Durch die Anleitung meines Reisenvaters, Baldwin Fitzgerald, habe ich es als Handelsmann schnell zu Reichtum gebracht. Schon bald werde ich meine eigene Handelsflotte besitzen und mich mit meiner verlobten Valentine in Catches Moor niederlassen. Heute Morgen hatten wir wieder etwas zu lachen. Der junge und hochnäsige Käpt'n Nathaniel Fitzwilliman, jetzt gott habt, angeordnet, direkt durch die seichten Gewässer östlich von uns zu fahren. Keiner, der bei Klang und Verstand wäre, würde so eine wachhause Entscheidung treffen. Zwar ist die Ilus-O-Trio, ist ein gutes Schiff, aber das Wetter endet sich in diesem Gefild, Gefilden-Schnell-Gefilden. Und so kam es, wie es kommen musste, das Wetter schlug um und die Bohren erwohsten. Der Matrose Thomas scharrte Leute um sich und macht Bestimmungen, die neue Lucy Morley über Bord zu beerfüllen. Er war ganz besessen davon, dass eine Frau an Bord Unglück bringt. Und durch den Aufruhr und die schlechte Sicht nahm das Unglück seinen Lauf. Eisberg voraus! Titanic 2 Und sie stiessen nur tief für alle Staaten und somit fand das Spiel schon sein Ende. Nach knappen drei Minuten. Toll! Nee, warten wir ab. Natürlich, wie gesagt, Survival-Game und wir werden jetzt da wahrscheinlich überleben müssen, sondern, so wie ich gelesen habe, dann auf einer Insel. Wir sollten craften können. Ich glaube sogar, es hat ein Skills-Team dabei. Das wäre natürlich mal was Neues. Das hat mir bei Wissen bei Wissen gegeben. Was sind wir? Wir haben Vitalität, Hunger, Durst, Standfuß. Du fühlst dich immer noch genommen. Oh, ich fühlst dich ja. Geil, ich will bei Wissen. Das ist ein Abo. Gän, ich kann nicht nur noch nähen, sondern auch cool drauf. Das ist ein Abo. Alte Maus. Es wird ein Abo. mit Untertanen. Focusless. Beendung. Armenglad. Beendung. Dann geht das noch. Armenglad. Focusless. Beendung. Das ist einfach so lange ich will. Der fällt nicht in. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen. Das ist ja der Schiedsraum. Die Werkzeuge, Lagerfeuer, absolut unersetzbar für die Wildnisunterstand. Die Zaun haben wir. Die Luft ist verfeinert. Geformter Stein. Ich habe immer diese Wildnüssen. Perfekt. Nichts da eben hat es. Zunder und Börzelnzüge. Das Anblicke kommt dann. Es ist besser der Wildnis. Ein geformter Stein und ein Ast. Jetzt gehen wir hier mal. Okay. Ups. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen. Es sieht irgendwie grafisch. Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Was soll zum Ast sein? Kann ich hier auch schneller laufen? Ja. Wie gewohnt denn da eine Musche? Jetzt können wir die auch mal brauchen. Was ist denn jetzt passiert mit den Waffen da am Wein, wenn ich da hier geprüft halte? Oder nur was da drauf ist? Was? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir es nicht in einem Tag. Ein Steinfall von dir. Ich weiß nicht. Was? Kann man hier schwimmen? Und dann biegen. Jupp. Oh, das ging schnell. Was haben wir jetzt da? Stein. Ein ganz normaler Stein. Das wird jetzt nicht wie ein geformter Stein verfeinern. Hier. Ich brauche nur zwei Steine um einen geformten Stein machen zu können. Okay. Ähm. Gut. Jetzt weiß ich nicht ob wir da oben rechts sehen, dass wir nass sind. Könnte sein. Oh. Oh, eine Kiste. Oh, cool. Cool. Und Wein. Und ich kann da mit Felsen sagen, das ist irgendwie hier rein? Nein. Wie kann ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt machen? Ah, okay. 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 Einfach eins. Wo bin ich jetzt hier ran? Ah, jetzt geht das voran, weil wir sehen das nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Gucken wir, was wir bekommen. Die muss ich so auflegen. Huh. Und weg. Keine Kokosnüsse. Hm. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, so. Ist ja noch Early Access. Also das müssen wir mal wirklich sagen. Sogar wirklich nach und nach so über Sachen kommen. Können wir taugen? Ja. Ganz richtig runtertaugen. Wir sehen es auch nicht. Aber hier hat es Steine. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt müsste ich doch wahrscheinlich die Kieke nehmen. Oh, wo habe ich das gerade gesehen? Okay. Dann können wir das jetzt abbauen. Unter Wasser können wir abbauen. Das ist ja mal cool. Mach schon. Dann werden wir saufen dabei. Jetzt. Ah. Ich kann nicht hier weg. So. Oh. Wie was auch immer. Schmieren. Wieder streiten. Stamm. Überleben. Was ist nichts zum Werkzeug? Acht Steine. Acht mal Stamm. Puh. Das hieß ja, dass wir Stamm. Gibt es nicht zusammen? Doch, so. Jetzt brauchen wir noch einmal Stamm. Das ist ein bisschen blöd. Das muss ich da immer so hin und her. Also ich habe wirklich keinen Plan. Also, dass da vielleicht wirklich ein Let's Play gehen soll. Also, ich habe so ein bisschen im Eindruck schon. Ein wenig, wie hieß das Spiel? Mit der Insel auch. Strand Deep, genau. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich muss echt das Inventar öffnen, um zwischen zwei Werkzeugen wechseln zu können. Das finde ich ein bisschen scheiße. Das ist noch weg. Damit wir uns ein Lager voll bauen können. Wir haben Durst. Wir haben Hunger. 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 Wie kommen wir jetzt an einen Kokos? Ist das? Hm. Eine Muschel. Muscheln sind ein guter Protein-Lieferant, leider verderben sie schnell. Achso, der Weg ein. Oh, das gibt fast nichts, das ist ja fast hier hinten noch Steine, auch alles mit, was konnte ich vorhin eigentlich, hm, wie komme ich denn an die Nüsse? Und an die Palmenblätter komme ich auch mit ran, das hat uns ja angezeigt, ohne Waffe, was da alles ist und wie, da liegt nicht einer, wir gehen mal ein bisschen in die Höhe, damit wir schauen können, vielleicht ziehen wir, geh nicht in die Ferne, aha, wahrscheinlich sollten wir da ein bisschen nach hinten, ich gehe jetzt schwer davon aus, dass wir hier das Meerwasser nicht trinken können, mal gucken, vielleicht muss man dann das irgendwie abkochen, ich glaube, wir werden vorher sterben, was war jetzt das? Was ist denn da noch unruhig? Muschel, können wir essen, haben wir gelernt? Das ist ja nichts, eine Kiste, ich glaube, es war auch eine, die wir schon mal rechnen muschen, die essen alle, es gibt jetzt auch keine Flüssigkeit, es bringen wir allein, ein Verstand, weiter geht's, da habe ich glaube ich auch eine Muschel, schauen wir mal, wie wir da ein Lagerfeuer bauen können und irgendwie müssen wir an Wasser kommen, es könnte sein, dass wir das da abkochen müssen, wie sieht das jetzt aus, im Lagerfeuer bauen, okay, das wird dann einfach, drücke ich eh, entzünden, was wir da an trocknen? Scheiße. Was brauchst du für Zunder? Acht Äste und acht Palmenblatze um den Hauptstamm und Zaun, vier Äste einmal schon. Zunder, zweimal Rinde, noch mal ein geformter stein wasser, wir kriegen ja wasser, trinken, wir müssen trinken da geht noch gar nichts das ist doch irgendwie, vielleicht gibt es hier sonst noch nicht oder regen, dass man irgendwie dann ein gefäß bauen kann die geben echt ihr ernst, dass wir so switchen zwischen zwei zwischen zwei werkzeugen, das kann es ja nicht sein siehst du es kommen, wir werden jetzt hier kläglich verrüsten und wie es das braucht scheiße, ist schon kaputt ok 94, 91, 88 ok also so wie es scheint, ist es nur das Zeichen oben rechts ist es, wenn wir nass sind muss es jetzt sein, also anders wenn ich jetzt ich verstehe jetzt nicht ganz, wie ich dann an die Kokosnüsse komme lederstreifen praktisch um dinge zu bauen schnur muschel stein rein ich habe keinen Plan sonst bewege Items hier hin, um sie fallen zu lassen ok aber ich kann jetzt hier nichts feststellen, um wie komme ich denn an Rinde muss ich das wegnehmen ok, jetzt nehme ich das mal weg schliessen wir ja Palmenblatt Rinde aber wie ich das wegkriege, das weiß niemand Kokosnuss das Fragezeichen das ist ja komisch soll jetzt nichts reichen, wir gehen gleich kaputt scheiße mal gucken, wenn wir unser Feuer da wieder finden ich habe nur gelesen, dass das Lagerfeuer sehr überlebensnotwendig ist also da braucht es dafür Zunder zwei Mal wie soll ich denn das machen um vorher zu zünden mal gucken haben wir da irgendwo haben doch eingestellt, dass Ja, wir wollen da Anleitung während des Spiels erhalten, also... Okay, jetzt werden wir vielleicht der Friebe ran, oder gar nicht. Ich kann kein Feuer machen. Also sehe ich jetzt da was nicht. Absolut untersetzbar für das Überleben in der Wildnis. Schutz vor Regen, der Zaun, hinter dem Zaun beginnt die Wildnis. Wir können hier nur Bretter machen, Steine muss ich sammeln, wie komme ich an Rinde? Vielleicht, jetzt muss ich gucken, wenn ich einen Baum umhaue, ob wir die Stämme, anstatt gleich aufzuheben, ob man die nochmal irgendwie vielleicht verarbeiten könnte, das könnte es noch sein. Jetzt nehme ich das mal mit, mach das hier zu. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Stein in der Nähe. Immerhin ist es nicht so scheisse dunkel, wie auch in anderen Spielen, weil das war echt oft mühsam, also ich hoffe, ihr seht auch so viel, jetzt nimmt es auch so auf. Jetzt gehen wir da nochmal nach hinten, jetzt holen wir einen Stein, damit wir uns nochmals eine Axt basteln können und dann versuchen wir das, hauen wir einen Baum um und versuchen einen Stamm zu verarbeiten irgendwie. vielleicht geht das, sonst habe ich keine Idee, wie ich da weiterkommen sollte. Ja, es ist schon, wie soll ich sagen, nüchtern, nüchtern gemacht würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr erwartet und auch erhofft von dem Spiel, aber naja, wir werden sehen. Es ist ja wirklich gerade, ich glaube vor 30 Minuten ist es erschienen jetzt noch und ich habe vielleicht zu große Erwartungen. Und dennoch dafür, dass einige wirklich gehypt haben, dachte ich, das gibt ein bisschen mehr zu sehen. Oh, es wird sinken. Und ich werde jetzt sterben. Wir haben nix. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann nix. Jetzt sehe ich auch ganz, ganz wenig. Ich kann es nur aufheben und wenn ich jetzt hier, jetzt versuchen wir kurz noch, bevor wir verrecken. Ne, ich kann wirklich den Stamm nur. Ich kann auch nicht wie in anderen Spielen mit der Pike raufhauen, damit anderes rauskommt. geht auch nicht. Ich gehe davon aus, ja, ich gehe davon aus, dass es ähm, es gibt doch auch ein Skillmenü. Ich glaube, vielen Dank, dass du Lost in Nature gekauft hast, obwohl es noch in der Entwicklung ist. Das ermöglicht, mir weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. Falls du Probleme beim Spielen auftauchen oder bei der Entwicklung, mit welchen möchtest du besuchen möchtest. Du kannst dich ganz einfach mit deinem Steam, Facebook oder Twitter einloggen. wenn du Lost in Nature weiter unterstützen willst, dann erzähle deinen Freunden davon und jetzt wünsche ich dir viel Spass beim Spielen. Es hat hier sogar, es hat eine Online-Hilfe, das werde ich mir anschauen. Du kannst nicht laden, weil kein Speicherstand vorhanden ist. Okay. Ja, es war so ein kurzer, kurzer Eindruck, weil es ist wirklich jetzt schon zu spät geworden mit dem Release, aber ich werde mir das jetzt besser anschauen. Ich werde mal Online-Hilfe dann gehen, mal durchlesen, vielleicht, dass wir da besser zurechtkommen. Dann sehen wir uns das nächste Mal beim Angezockt Lost in Nature. Danke, dass ihr mit dabei wart. Tschüss.